Du 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 Hallo und herzlich willkommen zu League of Legends. Hi! Hallo, immer noch mit Flinch und wie heißt der andere? Mari Andas? Ja, danke. Ja? Hi. Sag kein hallo, der mag euch nicht. Hallo, Flinch hört uns wieder. Doch jetzt hört er uns. Doch, doch, selbstverständlich. Ich hab mir nur gerade noch kurz mal das Gegner-Team abruft. Ich habe eine Frage. Wieso ist dein Charakter Silber? Weil ich in der letzten Season hier auf meinem zweiten Account in der Silber-Rangliste war, was nicht gut ist. Ach so. Mit meinem Hauptaccount war ich in Platin. Das ist dann, also es kommt Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und dann kommt Challenger. Challenger sind dann immer die besten 200 Spieler. Ah ja. Und wir sind rot, weil wir einfach scheiße sind, ne? Ne, weil wir auf der roten Seite spielen. Ach so. Ja, aber du bist doch Silber. Ach so, du meinst jetzt den Rahmen. Ich erkenne, du meinst die Namen, die Charakternamen. Ne, rot ist einfach gar nichts. Gar nichts. Das sind die Noobs, die einfach mal bloß so vorhanden sind. Ja, weil Rangliste Spiele gehen erst auf Level 30. Ab Level 30. Wieso startet denn das Spiel nicht? Ach, be what you get. Ich würde jetzt kurz aufstehen und mir was zum Drinke hole, aber ich wette. Du aufstehst, guck mal, er lädt jetzt. Jetzt geht's los. Ach, der will mich doch verarschen, oder? Gut, meine Lane wird sehr nervig, weil dieser Jax wieder da ist und diesmal bin ich schuld, der Kills kriegt. Ach, der ist wieder da auch. Dann Astronauten. Also, was sagst du mir? Was soll ich skillen? U. Ich bin lieber U-E-W. Gott. U-E-W. Ich bin nicht ohne. Alle nach unten. Ach, schon wieder ein Schütze. Und, ach, was ich vorhin vergessen habe im letzten Spiel, ähm, wenn der Hilfe, Hilfe, Hilfe fragt, reicht es, wenn ihr einen Hit drauf macht? Also einmal draufschlagt und dann gleich zur Lane lauft, sonst verliert ihr zu viel Erfahrung. Okay? Einen. Okay. Ja, jeder einmal draufrauen, auf das große Vieh dann. Gut. Das machen wir mal. Gut, wenn du das sagst. Also, es verliert ihr zu viel Erfahrung. Okay. Das ist schon sehr interessant. Du musst jetzt noch Leeroy Jenkins dazu schreiben. Was? Der Flinch muss zuletzt, du das jetzt noch Leeroy Jenkins dazu schreiben. Kannst du ja machen. Ich? Na, sehr nett. Ja, Flinch, wie lange spielst du das Spiel eigentlich schon? So insgesamt jetzt dazu, von den Jahren her? Seit der ersten Season. Wir sind jetzt immer in der fünften. Aber halt immer mit Pause. Ich hab mal so ein halbes Jahr Pause. Was verstehst du in der ersten Season? Ich weiß nicht, was das... Also jedes Jahr ist eine Saison, quasi. Also seit vier Jahren. Ah ja, okay. Wie gesagt, aber mit Lücken immer. Ja gut. Das macht ja aber nichts, denke ich. Also arg viel verlernt man nichts. Das Problem ist halt, das Spiel ändert sich mit jedem Patch, so wie halt jede Online-Spiel, die meisten Online-Spiele. Mhm. Logisch. Also du sagst jetzt einmal draufschießen und dann wegrennen, oder was? Ja. Was bringt das dem dann halt an Hilfe? Ja, du hast... Ihr habt ein bisschen Damage drauf gemacht. Wenn die jetzt aber AFK ist, dann... Ah doch, ihr sollt einfach hitten und dann... Oder zack. Jetzt können wir gehen. Genau. Okay. Perfekt. Gut. Sehr merkwürdig aber auch, ja. Ihr habt doch den Jax auf der Lane. Ähm... Oh, ist das toll. Heißt das, wir müssen heulen? Ja, kommt doch an. Billscape, denn ja. Jawohl. Arm ist back, okay. Darum habe ich die Namen ausgeblendet. Ach, das geht, das wusste ich mir. Ja, das kann man ausbinden. Alles. Oh, ich habe First Ball. Das passiert, wenn man allein auf der Lane ist. Dann geht's richtig, oder wie? Ja, dann kann ich wenigstens so spielen, wie man normal spielt. Ah ja, okay. Wie gesagt. Mach' wir mal. Wickelt. Ah, Q, E, W. Oh, der hat eine Ruhe. In Anandards Place bist du ja auch ein Schwarzer, habe ich schon gesehen, ne? Ja, ja, aber in jedem noch. Das muss sein, das muss sein. Was habe ich, in Warface habe ich mir angeguckt, in DayZ, da schwarz, äh, bei Stranded Deep ist ja kein Schwarzer. Hey, jetzt geht er nicht. Ja, das wissen wir nicht. Doch, und man sieht ja seine Arme. Ach, stimmt. Ja, das hat nichts zu hese. Das hat mir Weiß angemalt, vom Sand. Das hat nichts zu hese, ich weiß, dass ein DayZ mal einen schwarzen Oberkörper und weiße Beine hatte. Ja, das stimmt auch. Fuck, 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 ich renne weg, ich renne weg, ich renne weg, ich renne weg. Ich lass mich nicht killen. Auch nie. Ich verlasse die Line, also immer wenn ich jetzt zurückgehe, muss ich sagen, ich verlasse die Line, oder was? Nein, 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 nur wenn der Gegner weg ist. Was? Der Gegner. Nur wenn der Gegner weg ist, weil damit dein Team weiß, dass der Gegner vielleicht in die Mitte kommt, oder so. Jörg ist gerade da reingegangen. Ah ja, okay. Ist auch da rein. Ja, ich hab schon zwei Kills, alles gut. Läuft. Würde ich auch sagen. Aber ruhig bleiben, alles easy, go. Auch schon, aber. Ich mach mir da keinen Kopf, solange du bei uns bist. Okay, das ist süß. Wollang ihr den Jax? Sitz. Äh, momentan ist der nicht mehr bei uns. Sag, ich hab vorhin so einen Sink-Sitz gesetzt, wo der hin ist. Ja gut, wenn der nicht mehr da ist, der Timo ist auch AFK, also vielleicht ist der selbe Spieler. Ja, der Jax ist jetzt top. Der Timo kommt jetzt bottom, das ist lustig. Kommt so hin? Der Jax hat nämlich genauso wenig Chance. Ja, alles gut, alles gut. Wenn der Jax jetzt wirklich oben bleibt, dann haben wir das Spiel gewonnen. Okay. Weil der wird keine Chance gegen mich haben. Ich glaube, wir sind ja jetzt zu dritt. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt zu dritt. Wie gesagt, der Jax ist tot. Guckt. Ja, das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Das ist gut. Ja, fünf Minuten und ich hab drei Kills. Und der Timo ist gleich da. Ja, jetzt muss ich eigentlich wieder darüber reden, dass ich eine neue Errungenschaft hab, oder? Stimmt, weil das war ja jetzt in der letzten Folge nicht mehr, ja? Ja. Da hatten wir technische Probleme. Da hatten wir technische Probleme, ja. Oh, das war schlecht von mir. Das war schlecht von mir. Guck mal, wie viel die abzieht, die liebevolle Frau. Das war schlecht. Das war sowas von schlecht. Eben sag ich bitte nicht fieben. Bitte? Sag bitte nicht fieben und wer habt ihr? Okay, Errungenschaft. Bin ich gestorben. Ja? Ja. Wie hab ich das vorhin gesagt? Genau, ich hab ein Errungenschaft. Was tolles zum Aufnehmen. Genau, ich hab ein Gerät gekauft. Hast du der Gerät? Der Gerät. Ich hab der Gerät gekauft. Welches Gerät, das seht ihr dann, wenn das alles so gut ist. Funktioniert mit der Aufnahme so, wie ich das mir vorstelle. Das erste Spiel wird dann irgendein Rollenspiel, äh, ein Rollenspiel, ein Horror-Spiel sein. Oh, will jemand top gucken? Horror, genau. Will jemand top gucken? Okay, dann schaut. Bin da. Und? Wir sind erst sieben Minuten im Spiel. Also, macht euch keine Sorgen. Ey, der ist wieder da unten bei uns, gell? Alter, er hat gemerkt, dass er over stirbt, ne? Die kommen jetzt alle runter zu euch. Ich hab jetzt drei verschiedene Leute top gehabt und die sind alle gestorben innerhalb von einer Minute. Also, vielleicht kommen ja irgendwann alle runter zu euch. Dann tauschen wir einfach, ne? Hö, Hö. Pistur runter, genau. Ich muss nicht einfach bei denen in die Base und dann ist das Spiel vorbei. Oder so. Ah ja, so hab ich das gedacht. Schauen wir mal, wie schlecht der Typ ist. Wenn der jetzt hier rausläuft, können wir gleich wieder gucken, oder? Schnell, weg hier. Alter, der rennt uns hinterher. Die? Die. Ey, wo stehen die? Ey, hätte der helfen sollen. Ja, ich... Seh's gerade. Wir sind auf dem richtigen Weg. Was hätte man machen sollen? Helfen sollen. Ja. Das hatte ich nicht gesehen. Ich fühl mich jetzt voll schlecht. Ich bin lieber oben auf. Weiter geht's. Ah, ich bin tot. Ne, bin ich nicht. Hier noch nicht ganz. Oh, jetzt schnell mal ab. Nein. Ich komm mal nach unten, helf euch ein bisschen, okay? Weil ich so ein netter Teamspieler bin. Mhm. Ich habe ja schon einen Turm verloren, oder? Das auch haben wir. Wie denn das? Ja, ich habe einen Turm verloren, ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Die macht viel damage. Ja, ich habe es gemerkt. Also, ich schaffe auch beide jetzt, das ist kein Ding, ich schaffe alles. Das ist gut. Das ist wieder so ein Punkt vom Spiel, wo die nicht mehr aufholen können, wenn ich einfach weiterspiele. Wenn ich jetzt zehn Minuten auf Kahl gehen würde, wenn die so... Geh weg. Nein, 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 nein. Okay, wie? Achso, jetzt kann er bleiben. Achso, ich habe nicht gesehen, dass du aufkommst. Ja, tschau. Toto. Oh, der will nicht stunnen. Hui. Oh, nee, verdammt. Ich habe gedacht, ich hätte einen getroffen. Ja, doch, hast du doch. Ja, gut, Assistent, das ist gut. Ja, gut, ich habe sieben Kills in neun Minuten. Alles gut. Alles gut. Ja, dann passt es. Ja, du bist ja auch schon Level 9, ne? Ach, eben. Darum bin ich gern allein auf einer Lane. Achso, weg. 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 Weg, weg, weg. Auf. Weiter geht's. Ja, für mich ist immer Lauf. Aber ehrlich. Ja, macht es ja auch, wenn ich dann alleine meine Lane kriege. Wir können den gleich töten, wenn ihr wollt. Rollt ihr? Ja. Gerne. Ich setze mein Spezial ein. Hab ich noch eine Lane. Oh. Oh, komm, 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 komm. Das gibt es doch wohl nicht. Oder? Das ist doch ein Witz, ist das. Weiter, weiter, weiter. Oh, nee. Reinwort, und jetzt raus. Ja, ich renne, ich renne. Eeeh. Lacka. Boah. Alter, das ist ein... Witz ist das. Das ist ein ganz böse Witz gewesen, Ewa. Sehr böse. Noch beide tot, alles gut. Ja? Noch beide tot, alles gut. So, ich geh jetzt wieder top. Ja, viel Spaß. Danke. Guck, ob jemand gegen mich kämpfen will. Ich glaub, irgendjemand ist AFK. Timo ist schon wieder AFK. Ich glaub, im zweiten Video hab ich auch jemand AFK gehen lassen. Mit der anderen, die ich vorhin gespielt hab. Siehst du das, dass die AFK sind? Weil er Level 3 ist und seitdem nicht mehr auf der Map war. Ah, okay. Ja, stimmt. Ach, hast du recht. Ah ja, okay. Gut zu wissen, sowas. Ja. Es ist immer gut, wenn man Leute dazu kriegt, AFK zu gehen. Immer gutes Feedback. Oder halt schlecht ist, wenn die Leute bei dir entdecken. Aber wie gesagt. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Jack. Ja, ja, bin schon unterwegs. Für zurück. Ich push einfach bei denen in die Base. Ja, ja, geh einfach in die Base rein. Dann hauen sie von alleine ab. Ach du, da kommt der Jax. Hier seht ihr hier. Oh, dafür gibt's auch Wards, bei der Bein. Hier kommen gerade alle nach unten. Ja, die sind alle da unten. Ja, ist kein Problem. Ich bin gleich bei denen in der Base. Ah ja, nur dann. Hier sehen wir vor, ja. Hier holen sich nur noch ein paar Mal die Schwachen und dann... ...seh schon dran. Komm drauf. So, jetzt nehme ich die Hände weg. War mal freihändig. Ich bin nicht. Ja gut, das Spiel ist frei. So, ich darf schnell lassen, fortgehen. Schnell. Oh, komm mal, wer steht. Komm mal, wer steht. Oh, schluck. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt in der Mitte nach rein. Achso, ne, du bist ja mit mir da. Das sehe ich gerade. Komm, wer stirbt, komm, wer stirbt, wer stirbt. Mach schon das Spiel fertig, okay? Ist das okay für euch? Ja, ja, ist okay. Ich mach ruhig. Alter, da ist er. Wieso stirbst du nicht, obwohl du kaum Energie hast? Ja, weil ich, das ist meine Ultimis, meine Ulti. Meine R. Ja, deine R. R. Meine R. Guck mal die, wie, Hilfe. Das ist die Y. Der Brauchhilfe, was? Hier, wo bei dem Drachen steht. Der Drache ist ein neutrales Objekt. Achso. Wenn man ihn geholt, kriegt man erstens noch mehr Geld. Mhm. Mehr Erfahrung. Seit dieser neuen Nack hier, ähm, auf andere Stats. Du kriegst du mehr andere Dinge. Was mehr man davon hattest, desto mehr. Cool. Jupp. Ah. Gerade, dass wir die letzte Folge nicht zeigen könnten, äh, wegen den technischen Fehlern, aber die ging genauso gut, lief genauso gut. Jaja, definitiv. Da brauchst du euch keine Gedanken. Wir hatten keine schlechten Spiele. Ja, wir hätten absolut, natürlich. Wir hätten... Das war zu einfach, weißt du? Das war einfach zu einfach. Das war... Wir waren zu dritt. Die anderen zwei waren afkar. Okay, wer kann oben zugucken kurz? Drei Leute. Okay, ich guck. Ich muss noch kurz warten. Ah. Ich hab in 20 Sekunden eine Richtung. Also, ihr könnt gleich gucken. Ich sag euch klar Bescheid. Die pushen ja eh weiter. Ah ne, die Y kommt auch. So. Es geht los. Einer. Zwei. 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 Und, Achtung, Achtung, Achtung. Zwei. Zwei. Zwei davon bekämen. Also, echt. Du hast Spaß. Ich hab Spaß. Jetzt hab ich wirklich Spaß, ja. Das lustige ist. Was wäre? Ich mach nur eine, äh, zwei Viecher hier, zack. So. 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 Ich baue euch weiter. Oh. Hi. Oh. Wir sind eigentlich bloß Mitläufer bei dem Spiel, kann das sein. Nein. Patsch. Alle 7-7. Achtung, wir kommen auf. Achtung, 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 Achtung! Boom. 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 3 jetzt. Ach, kann er sich nicht umdrehen. Achtung. Nee, du kannst nur in die eine Richtung liegen. Schön. Hast du gesehen, das war... Ah, scheiße, der Turm. Hehehehe. Hehehehe. Oh, shit. Ah, shit. Einfach mal nicht drauf geachtet, ich war so von dir abgelenkt. Von mir oder von Dobi? Ja, von dir. So, das tut mir sehr leid. Das war eh bei einfach, ich war so sehr abgelenkt, wie du die fertig machst, ne? Dass ich da nicht drauf geachtet hab. Da liegste. Hier, hier. Mhm. Soll ich die töten? Die müssen sich doch auch ziemlich verarscht vorkommen, oder? Können sagen, ja. Guck mal, guck mal, wie viel der ist denn? Oh, ein... Ah. Der war tot. Oh. Wo? Ja, aber ich bin... Ich hab meine... Trotzdem muss ich... Ja, tendenziell würde ich sagen... 17 Kills nach 17 Minuten. Halten sie das fest. Ist alles auf Bild. Sehr gut. Wunderbar. Robert. Robert. Werden wir zu dritt? Ist er weg? Ach, das hatte Richard gemeint. Ich hab keine Ahnung, warum wir zu dritt wegrennen. Haltet zusammen! Ich glaub deswegen. Ja. Ich will noch nicht sterben. Eieieieiei. Mach die mit zwei Hits tot. Hm? Mach die mit zwei Hits tot und die tötet euch. Ja, Glückwunsch. Pack dir nen Keks. Mach ich. Mach ich. Das freut mich für dich. Wir packen dir richtig schön. Mann, das ist mein erstes Spiel hier und ich bin schon so gut, weißt du? Ja, ja. Bleib bloß aus dem Gras weg, ich seh dich. Komm, warte, warte, warte. Ich komm. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Und jetzt schau, wie sie stirbt. Schau, wie sie stirbt. Komm. Hoho. Und? Schön. Einfach schön. Wie du die, wie du die so schön killen kannst. Das ist herrlich. Ich muss sagen, das ist einfach herrlich. Es beruhigt meine Seele doch immer wieder. Weißt du, was noch besser ist? Hm. Wenn du mal selbst so viele siehst, dass du das machst, das ist noch geiler. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist richtig schön. Drück eigentlich nicht viel. Ich drück nur E. Dann, äh, äh, linke Maustaste. Äh, rechte Maustaste. Der mach ich gar nicht. So. Er will sterben. Oh, da kommt einer. Dann töten wir den. Ja. Genau. Komm her. Da sind zwei. Egal, wer ist tot. Oh. Ach ne, die schon wieder. Nein. Komm, 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 komm. Egal, ich killse, ich killse, ich killse. Oder der Tobi killse ist ja schon. Geh. Geh den auch. Nein. Wer denn? Achtung. Sehr schön. Also, ich glaub, was in den nächsten zwei Wochen... Oh, mehr kills, mehr kills, mehr kills, mehr kills. Was in den nächsten zwei Wochen meine Aufgabe ist, noch ein bisschen LOL üben. Definitiv. Dann triple kill, wo kommt der denn her? Na Gott, das kommt, wie gesagt, mit der Zeit. Aber du greifst doch verdammt schnell an, gell? Ja, das sind meine items. Was für items kaufst du dir? Äh... Das... Ich kann dir nur die englischen bekämpfen. Moment, ich will die kurz töten, dann spreche ich mir weiter. Jetzt können wir gleich... Okay, den töten wir. Maus. Ja. Überlebst du gar noch? Äh... Auch noch. Egal. Ähm... Blade of the Rune King... Äh, ich weiß nicht... Was auf Deutsch heißt... Klinge der Unendlichkeit... Die Berserker-Schuhe... Also Anker-Schuhe... Also Anker-Schuhe... Das Static-Schiff hier... Also... Die Berserker-Schuhe... Das Static-Schiff... Und das Static-Schiff... Und das Static-Schiff... Und das Klinge... Wie du da lesen hast... Ja... Lebensraub... Äh... und die Klinge ist halt dafür... Ach, schon... Schon fertig... Ach, die haben aufgegeben, ne? Die haben aufgegeben, ne? Die haben aufgegeben, ne? Ach, so stimmt... Okay... Das Spiel ging jetzt 20 Minuten... 23? Okay... Ich glaub 20, oder? Warte... Ja gut... Wir waren jetzt 3 Minuten noch im Anfangsbildschirm drin... Ach so... Ja... 23 Kills... Alter, du... Du bist... Du bist eine Bestie... Ich geh bei dir in die Leere... Ich hab einen... Glaub ich... Wenn überhaupt... Ne, ich hab gar keinen... Marianndorffs gar keinen... Timo wird wieder reportet... Warum? Ach so... Weil der Dings war... AFK... Hier nun reportet zu werden... Okay... Äh... Wo steht denn das... Wie viel Geld man bekommt? Kriegt man überhaupt Geld... Wenn man... Wenn man keinen Kill hat? Doch... Guck mal... Da steht doch jetzt Victory oben... Und da steht hier irgendwas mit IP links... Nö... Äh... Nö... Da ist ein Balken mit deinem Level... Ja... Oben drüber ist noch ein Balken... Ja... Und da links hinten dran steht ne Zahl... Ach 95 EP... Hast du jetzt bekommen... Ah ja... Okay... Das ist das Geld was man dann bekommt oder was? Genau... Mit den Punkten kannst du dir dann immer neue Champions und Runen... Ah ja okay... Ich hab schon 1100... Okay... Und 400 Diamanten oder was das ist? Ja... Das kriegst du geschenkt wenn du ein Server erreichst... Das ist... Okay... Das sind Riot Points... Mhm... Oh bei mir ist ja Schwarz Bildschirm... Stimmt... Äh... Ich beende hier mit die Aufnahme... Stimmt ja... Ich nehm ja den Launcher gar nicht auf... Also bei mir ist jetzt Schwarz... Ich beende die Aufnahme... Aber wie habt ihr es ja gesehen... Ja... Vielleicht hänge ich da noch ein Video rein... Also bis denne... Tschüss... Ciao...